Hör mir zu, die alten, schau dir das so an, oder schau dir das so an, die die selben Posen wie du, schau wie leibend die ausschaut, vom Baumann fotografiert, ja, wie der Engel. Bei mir ist es wichtig, dass es auch hart ist, weißt du, wenn du so ein Haar war, ich attacke mich nicht. Mein erster Freund, der mich in die Umfahrt hat, hat sich angriffen wie kalte Pizza, hat sich angriffen, da hast du nie gewusst, ist er geil oder ist er schon wieder vorbei. Hinten interessiert mich, von vorne wenige, das schau, 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 schau, das schau. Ist irgendwer für dich da, hast du ihn gesehen? Vier. Vier Männer? Was heißt Männer, ich glaub eine ist 15, eine ist 17, eine ist riesengroß Basketballer, ich mag nicht riesengroß, ich mag so lange Schläuche, da hinkt wieder an, wo linkt geil ist, aber ist schon gegen den mir eigentlich aufgefallen? Mein Mann, Pusen, der ist ja dimensional, überdimensional. Ich finde es gar nicht besser. Oh, ich finde es extrem ließ. In meiner Beziehung brauche ich keinen Gummi, deswegen habe ich auch keinen dabei. In deiner Beziehung brauchst du keinen Gummi, in deiner Beziehung machst du auch keinen Sex, sonst will ich mit mir nicht ins Bett gehen, oder? Oder ist es schlecht? Was weißt du von meiner Beziehung? Es war super, sonst würde ich nicht mit dir ins Bett gehen. Ja, ich weiß, dass ich super bin. Linke Schulter zu mir! Und die Ärmel zusammen! Ja, Tutel! So ist es richtig! Bauch einziehen! Zum Pleistift! Nein! Ja! Vivienne? Los! Aaaaaaah! Ich will Heimleser! Mich zippt's da anders Arsch! Ich will Heimleser! 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 Ich will Heimleser!